Hallihallo, zurück! Ich wollte jetzt erstmal zur Raumstation fliegen. Deswegen steigen wir ein und starten mal das Raumschiff. Ui, ui, ui. Nicht, dass wir hier noch vorliegen. Wand fliegen. So, dann wollen wir mal Vollgas geben. So, das müssen wir ja eigentlich so im Rohr, ähm, sind wir jetzt schon im Weltall? Mal stoppen. Ja, gut. Den da drinnen, dem Planet, da war man ja, glaube ich, schon mal. Den haben wir, glaube ich, schon entdeckt gehabt. Den hier? Keine Ahnung. Wir wollen aber erstmal zur Raumstation. Ich glaube, die ist hinter diesem Planeten da, so wie das aussieht, oder? Ah, ne, hier ist die Raumstation. Da. Dann fliegen wir da jetzt mal hin. Zum Glück ist unser Tank voll. Den haben wir erst voll gemacht. Aber ihr seht, der geht auch ziemlich schnell leer, wenn man so schnell fliegt die ganze Zeit. Auf dem Planet müssten wir ja schon gewesen sein, gell? Der da unten ist. So, dann verkauft man nämlich dort erstmal unser Zeug dann auf der Raumstation. Wir können uns ja immer noch kein größeres Schiff dann bestimmt leisten, weil die waren ja fast alle über eine Million. Ui, das zieht ganz schön. Okay, wir können ja mal kurz langsamer machen. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Asteroiden, die mal abschießen können. Hier. So. Boah, eine Stunde bräuchten wir, wenn wir so fliegen zu der Raumstation. Ach, ich glaube, die Steine sind noch zu weit weg. Die können wir noch nicht abschießen. Wie, der kommt immer auch schnell. Oder auch nicht. Boah, hier ist einer. Kann ich den nicht kaputt machen? Irgendwie will der nicht kaputt gehen. Jetzt. Ach, wie Scheiße. Was ist denn das an diesem Ding? Oh. Ich habe das Gefühl, wir fliegen da gleich durch. Oh, oh. Wir haben uns frei gebuddelt. Oh Gott. So, dann nehmen wir jetzt erstmal wieder. Und fahr mal mit ein bisschen Schub. So, stopp. Halt! Ich muss mal gucken, wo der Eingang hier von dem Ding ist. So wie es aussieht, auf der Seite nicht. Fliegen wir mal andersrum. Wir müssen nämlich erstmal den Eingang finden. Bisschen bremsen. Hier, guck. Hier ist auch kein Eingang. Wo ist denn der blöde Eingang? Hinten von der Raumstation. Hier gab es doch noch Eingang, oder? Da mussten wir doch dann reinfliegen. Ich müsste jetzt nur mal sehen, wo der ist. So, anhalten. Langsamer werden. Gucken, gucken, gucken. Ich glaube, wir müssen mal ein Stück zurück. Ist das überhaupt die Raumstation, wo wir jetzt... Das ist die aber, oder? Ja, das müsste die eigentlich... Ach, hier unten. Da geht's rein. Da. Wo das Licht ist. Dann fliegen wir mal da rein. Ich muss mal ein bisschen bremsen. Und jetzt. Es sieht immer wieder faszinierend aus, wenn wir hier reinfliegen. Und dann steigen wir mal aus. So. Einmal die Treppe hoch, war das. Und hier saß ja der Alien drin. Ne, falsche Seite. Andere Seite war das. Da drüben, genau. Genau, hier. Mal sehen, ob der... Mal mit dem quatschen. Mal sehen, ob der diesmal was... Achso, Inventar voll. Na gut, dann gehen wir erst hier dran und verkaufen. Ein bisschen Zeug. Äh, Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. Wir können die Perle verkaufen. Das können wir verkaufen. Schildplatte, die können wir eigentlich auch verkaufen. Äh. Platonium. Ne, das behalten wir mal. Energiekanister Platin. Ja, Platin verkaufen wir erst mal. Oh, das bringt aber auch viel. So, jetzt haben wir 262.000. Dann würde ich sagen, geh mal jetzt ins Schiff und gucken noch mal, was wir in unserem Schiff haben. Vielleicht können wir davon auch noch ein bisschen was verkaufen. Öffne dich. Wir haben wieder einen Meilenstein erreicht. Aua. Ich weiß gar nicht, müssen wir uns hinsetzen dazu? Weltraum-Trag aus immer. Oder können wir das auch so aus dem Raumschiff holen? Ja, es geht auch so. Titan. Ich wollte doch irgendwas herstellen, wo wir was gebraucht hatten. War das für ein Anzug? Ne. Ich glaube, das war eine bessere Waffe, aber die... Naja, die können wir ja jetzt nicht, weil wir keinen Platz haben. Na gut. Raumschiff. Dann nehmen wir das auch erst mal mit. Das nehmen wir auch mit. Und das auch. Eisen und das behalten wir erst mal. Ja. Ist sowieso alles voll. Gut. Können ja eigentlich gleich mal hier alles aufladen. So. Hyperantrieb haben wir ja keine Warpzellen. Unsere Lebenserwartung. Kohlenstoff. Ah, da ist gerade ein Flugzeug gelandet. Okay. Dann gehen wir jetzt erst mal das Anzugzeug noch verkaufen. Nein, 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 das ist one. Gehen wir mal hier dran. Willkommen. Dann verkaufen wir das. Das wird verkauft. Platin wird verkauft. Das wird verkauft. Zink wird verkauft. Titan verkaufen wir. Plutonium behalten wir. Und das war's. Jetzt haben wir 325.000. Das ist ja prima. Mal sehen, ob er was anderes sagt. Wir quatschen mal mit ihm. Hallo? Willst du nicht mit mir reden? Hallo? Ah, jetzt. Äh, der will ein Multi-Werkzeug vor mir haben. Ob wir mal eins hingeben? Krieger nicht zufrieden. Er bietet mir einfach... Wir vergleichen mal. Das ist natürlich... Das nehmen wir an. Das hat mehr Platz. Das wäre ja blöd. Ah. Dankeschön. Dankeschön. Juhu. Wir haben mehr Platz hier drinnen. Bergbaustahl verbessert. Strahl verbessert. So, wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch... Oh, wir haben kein Analysegerät. Dann bauen wir das mal. Ach, das war ja dieses... War das dieses Blöde? Ne, den hatten wir letztens... Ne, was hatten wir denn gebaut? Hier eine Waffe hatten wir gebaut. Das Ding, glaube ich. Oder das. Na gut, wir... Sind auf jeden Fall jetzt gut ausgerüstet. Perfekt. Ich will nochmal gucken. So, ja gut. Ich weiß nur nicht, was das hier drüben so... Bedeutet. Na gut. Mal aufpassen, wann ein Schiff hier reinfliegt. Dann gucken wir mal, was das nächste Schiff kostet. Aber ich denke mal, wir können uns noch keins leisten. Alles zu teuer. Aber irgendwie kommt gerade kein Schiff. Na gut, dann halt nicht. Dann steigen wir mal wieder in unser Flugzeug. Und starten mal. Und fliegen mal hier raus. Auf dem Planet war man ja schon. Der war ja so blöd und langweilig. Hier ist die Raumstation. Halt. Unentdeckt. Dann fliegen wir zu denen hier, würde ich sagen. Fünfzehn Sekunden brauchen wir auch. Nur noch zehn Sekunden. Oh, der hat ja fast nur Wasser. So wie das aussieht. Also haben wir auf jeden Fall schon mal einen neuen Planeten entdeckt. Mal sehen, was es hier so zu sehen gibt. Dann müssen wir erst mal weiter runterfliegen, damit wir landen können. Ruckel die ruckruck. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall an, was es liegt. Es liegt am CPU, dass das hier so ruckelt. Ich habe schon überlegt, mir vielleicht einen 16 Kerner zu kaufen. Aber mal sehen. So, jetzt fliegen wir gerade in der Wolke. So, mal sehen, ob wir hier landen können. Anscheinend ja. Gut, ich hoffe, die Atmosphäre ist hier besser. Nicht, dass wir wieder hier kaum laufen können und so. Wächter minimal. Flora ergiebig. Fauna leer. Also wieder keine Tiere. Dann fangen wir mal an und scannen. Das sieht sehr komisch aus. Okay, was ist das hier? Irgendein Stein. Eisen ist das. Eisen. Das ist auch alles Eisen. Okay. Mal die Umgebung scannen. Eisen, Eisen. Ui, scheint auch wieder sehr warm zu sein. Okay. Obwohl es hier so toll aussieht, gibt es hier keine Tiere. Das ist ja komisch. Das sieht doch eigentlich nämlich sehr gut aus. Sieht fast alles aus wie Wasserpflanzen, so in der Art. Wieso läuft mein Männchen gerade alleine? Jetzt nicht mehr. Okay. Hab schon gedacht, geht denn hier ab? Mal die Umgebung scannen. Eisen, Eisen. Oh, da hinten ist irgendwas. Da laufen wir mal hin. Da ist irgendwie eine Station oder sowas in der Art. Mal gucken, was wir da finden können. Der Stein sieht aber auch lustig aus. Oh, wir haben wieder was entdeckt. Temperatur stabilisiert sich. Temperatur stabilisiert sich. Okay. Erstmal scannen. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Außerirdischen sind, die uns angreifen. Okay. Och, Mann. Ich frag mich, wo ich diesen scheiß Pass herkriege. Nichts, da war nichts drin. Da braucht man einen Pass. Hier war eine Perle drin. Was ist hier drin? Ein Energiekanister. Ist auch immer gut. So, hier noch gucken. Auch eine Perle. Hier sind scheinbar immer Perlen drin. Da war nichts drin. Und da war Gesundheit. Dann speichern wir hier erstmal. Ach, hier können wir speichern. Okay. Dann haben wir erstmal gespeichert. Es sieht irgendwie sehr komisch aus, was die hier gebaut haben. Irgendwelches grünes Zeug. Zerstören. Ach, da ist Eisen drin. Na gut, zerstören will ich das jetzt nicht unbedingt, weil sonst kommen wieder die Wächter an. Darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Dann laufen wir mal ein Stückchen. Da hinten muss auch noch eines sein. Eine Station. Dann laufen wir mal noch in die Richtung. Aufpassen, dass wir nicht hinfallen. Nochmal kurz die Umgebung scannen. Hier ist ein Blümchen. So. Was war das? Eisen. Ja, 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 Eisen. So, die Zeit ist schon wieder rum. Dann beende ich erstmal die Folge. Und wir in der nächsten Folge gehen wir dann zu der anderen Station. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Tschüss. Tschüss.